Ein herzliches Willkommen zu einem Video auf meinem Kanal. Heute werden wir wieder auf den zweiten Account zocken und zwar werden wir die Tara auf 500 Pokalen bringen. Let's go! So, da ist ein Roboter. Gehen wir ein bisschen weiter weg, weil wir haben erst ein Cube und Freunde natürlich nicht am Anfang direkt sterben. So, da ist auf jeden Fall eine Nita, die auf jeden Fall sehr, sehr stark muckt. Na komm, trau dich, auch wenn ich Power 1 bin. Ich habe keine Angst. Okay, okay, das war ein guter Hit von ihr. So, wir warten. So, drei übrige Teams. Okay, er hockt da drin. Ich motiviere ein bisschen. Dreh dich. Komm schon. Ach man, so ein Spielverderber. Okay. Ja, bisher sieht es immer noch gut aus, dass man eine Nita. Komm, hol sie euch. Ja, perfekt. Schon mal Showdown. Bedeutet, wir bekommen direkt schon mal plus sieben. Beziehungsweise, wenn wir es jetzt noch auf ersten Platz schaffen, dann ist es echt krass. Ähm, komm schon. Let's go, Leute. Sie, neun Pokalen. Direkt erste Runde. Epscher Sieg. So muss es sein. Noch fünf Pokale bis zum Ende. So. Nächste Runde. Okay, der bleibt auch dabei. Aber ist egal. Hauptsache, er spielt gut. So, ich gebe mir kurz direkt diese Kiste da unten. So. Aber für Power 1 macht die echt nicht so schlecht Schaden. Also nicht so wenig Schaden. Also 1.300 noch was ist schon echt viel für eine Tara, ne? Vor allem die ist erst Power 1. So. Die vierte Kiste. Bäm. Okay, es leckt gerade ein bisschen. Hoffentlich kriegen wir es trotzdem irgendwie gebacken. Auch wenn es jetzt leckt. So. Okay, jetzt geht es wieder vom Internet her. Etwas. Ich warte ein bisschen. Chillen. Ein bisschen im Busch. Ja. Die Verbindung kommt schon wieder. Es liegt nicht manchmal an meinem Internet, sondern es liegt eher manchmal am Spiel, dass es irgendwie ein bisschen backt. Aber ja, aber eigentlich habe ich normalerweise ein sehr, sehr gutes Internet. Aber ja, was soll man machen? So. Vier übrige Teams. Der Roboter kommt zu uns. Direkt mal gönnen. Komm schon. Easy 3 Cubes. Nee, du staubst uns jetzt nicht hier ab. So, wir warten. Okay, drei übrige Teams noch. Komm schon. Komm, Colt. Trau dich, wenn du was zuhörst. Ja. Und ja, perfekt. Wo ist dein Teammate? Müssen wir kurz mal schauen. So. Ja. Kaum noch Poco. Haben wir bestimmt Showdown. Und Bäm, Alter. Showdown. So muss es sein. Okay, noch die Seren, die uns gönnen. Leider ist gerade das Game abgecrashed. Aber hier seht ihr nochmal, wie ich Rang 20 geschafft habe mit Tara auf Power 1. Und genau. Schreibt es mir gerne in den Kommentaren, welchen Brawler ich als nächstes zocken soll. Ich zeige euch gleich nochmal meine Clubs. Der Hauptclub ist Make It Easy und der zweite Club, Brawler Bros. Chair. Showdown auf jeden Fall, bis die Plätze, bis die Plätze voll werden. Falls ihr auch mal mit im Video dabei sein möchtet, schreibt es mir gerne unten in den Kommentaren. Ich werde mir alle durchlesen. Und ja, das sind nochmal die Clubs. Und ja, bis zum nächsten Video. Ciao.